So, gehen wir mal rein. Sechs Minuten, entspannt. Monte Best of Donations. Der Pilz an Montes Pimmel. Mit zwei Euro, kommt nächste Woche wieder aus dem Urlaub, kauf schon mal Creme. Die kannte ich schon irgendwo her. Montes Schambereich mit drei Euro. Die Länge von unseren Haaren, top keiner. Ach, Bruder. Zwiebelbrot mit zwei Euro. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Montes erster Bildschirm mit zwei Euro. Der unter mir ist nicht der hellste. Ach, Digga. Muss los, Alter. Clipo mit zehn Euro, Monte. Ich wollte mich bei dir bedanken. Du gibst vielen Leuten Ratschläge fürs Leben. Ich konnte jetzt auch einen deiner Ratschläge in die Tat umsetzen. Mehrere P***s beim Wichsen... Gamechanger. Mehrere P***s beim Wichsen laufen lassen. Das Beste. Du hast mein Leben verändert. Oh Mann, Dorn. Sowieso zwei, drei Monitore. Beste. Ja, Digga. Das freut mich. Die Monitore hast du ja echt viel. Kau und C mit zwei. Ey, Moni, mein Bester. Du hast mich zwar nicht gebannt, aber wollte eigentlich fragen, wenn der Rattel kommt. Ach, der kann sich am Arsch schlägen. Stell die Fragen mit dem, Bruder. Was soll denn die Kacke, Alter? Montes linker Hoden mit zwei... Das habe ich nie kapiert. Was haben... Chat, was war das eigentlich? Was war das für ein Meme? Mit zwei Euro. Kannst du mich mal kratzen? Montes rechter Hoden mit zwei Euro. Fühl mich vernachlässig. Kratz mich bitte auch. Oh, der Chat ist aus. Montes Aquarium im Film, Bruder. Ich brenne. Okay. Apo Red mit zwei Euro. Dein Aquarium brennt. Ach, der Herr. Montes Kamin über dem Aquarium im Film bei Yo. Leg mal Holz nach, sonst wird's gleich kalt. Rentner frieren schnell. Bruder, gerade fast absolut die Level-Up-Fontäne losgelassen. Ich habe eine Stuhlgang-Probe von mir an VGA geschickt. Direkt 95er-Rating. Grüße. Ja, Bruder, fand ich jetzt eher nicht so lustig, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat ja jemand im Chat drüber gelacht. Blue Rune mit einem Fimper dabei. Schnischnarr-Schnippel. Schnippel, Schnippel, Schnarr. Schnischnarr-Schnippel. Ach, Digga, komm. Schieb dir ein Schnischnarr-Schnippel-Schnarr in deinen Schnischnarr-Schnippel-Anschloch, Alter. Kieskauer mit einem Zweier. Mein Geburtstagsgeschenk. Kauf dir was Schönes. Ein Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Montes linker Hoden mit einem Zweier. Schwitz hier unten. Lüfte mal etwas. Wo meinst du, ist die Hand hier gerade, hä? Montes Eichelkäse mit einem Dreier. Moin, Montes. Wie schaut es eigentlich mit dem Reddit aus? Ach, Digga, weißt du was? Einfach deine Mutter. Montes Dödel mit einem Fimper. Ich vermisse deine rechte Hand. Freu dich auf heute Abend, mein Schatz. Montes BHA mit zwei Euro. Echt dunkel hier. Digga. Montes Polo mit einem Zweier. Kannst du mich mal wieder sauber machen? Ach, Digga. Warum liest er alles auch immer vor? Montes geschulene VGA mit zwei Euro. Hol mich bitte zurück. Bin in irgendeinem Keller. Ja, perfekt. Digga, danke dir, Mann. Montes Roleden mit einem Zweier. Digi, mach mich beim nächsten Mal runter. Kuss. Ja? Really? Montes Löhres mit zwei. Ich mag übrigens auch keine Pilze mehr haben. Digga. Montes Aussprache mit einem Zweier. Error 440. Momentan leider nicht verfügbar. Montes Aussprache mit einem Fimper. Ich bin komplett lost. Leck mich doch am Arsch, Digga. Jetzt geht die Scheiße hier schon wieder los. Montes Sprachbrenner mit einem Zweier. Heute kick ich aber wieder anders ordentlich rein. Montes Aussprache mit einem Zweier. Ich hab was für dich. Nimmt sich Bubble. Montes Deutsch, der mit einem Zweier. Da hab ich wohl täglich versagt. Ach, Digga. Drauf geschissen, Alter. Montes Zunge mit einem Zweier. Nächstes Mal bitte mit etwas mehr bedacht. Montes Haus mit einem Zweier. Mach mal wieder Werbung für den Shop. Ich zahl mir nicht von der Leine. Ach, Digga. Scheiße, ganz ehrlich. Bruder, was war das gerade für eine geile Donation Street? Deine Nachbarn mit zwei Euro. Hör auf zu singen, du Spinner. Sonst gibst du eine Anzeige. Geil. Montes Penis mit einem Zweier. Wasch mich mal wieder. Montes 540 Gramm Pulli mit einem Zweier. Mach mal wieder Werbung für mich. Montes Cola Flasche mit einem Zweier. Hau mich mal wieder um. Montes Lippendose mit einem Zweier. Digi, wann steckst du wieder ein paar Kippen in mich rein? Liebt das. Montes Sperma mit zwei Euro. Danke, dass du mich so oft abfeuerst heute wieder. Achselkampel mit Zweier kannst du ein Einmachblas forzen und würdest abkaufen. Digga, das ist heute los, Alter. Guckt euch das mal an jetzt. Das ist wieder so ein Krampf. Kylo mit zwei Euro. Lass mich bitte raus. Ich muss ganz dringend. Ha, ha, ha. Montes Batman im Zweier. Bruder, bin voll Arschwasser. Ha, ha, ha. Montes eine Taschenmuschie mit einem Zweier. Benutzt mich mal wieder. Ich vermisse dich. Montes Ohrenspalz mit einem Zweier. Hol mich mal wieder raus. Dann hörst du wieder besser. Montes Spiel sucht mit einem Pimmel heute Abend auf entspannt wieder ein paar Hunderter Spins. Der Pilz an Montes Pimmel mit 2,50 Euro, weil du hast nur noch eine Woche. Der Pilz an Montes Pimmel mit 2 Euro, hab an deiner Eichel kein Halt. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Hört sich nach dem Plan an, Pilz. Montes linkes Handgelenk mit einem Zweier. Die Rolli wird langsam schwer und ich schwitze. Stell dich nicht so an, Digga. Made in Istanbul. Saarland mit einem Fünfer dabei. Wenn du einen Dreier mit deinen Eltern hättest. Wenn du einen Dreier mit deinen Eltern hättest und 5 cm in deiner Mutter bist und dein Vater hinter dir 5 cm in dir ist, würdest du nach vorne oder nach hinten gehen, um rauszukommen? Digga, wie kommt man denn bitte schon auf so? Digga, das ist so fremdscham, solche Fragen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde weder noch einer deiner Lösungen, ich würde einfach nach vorne und hinten. Weil wenn ich da gefangen bin, dann würde ich es auch genießen. Montes Lunge mit einem Zweier, ich bin bald so schwarz wie Kylo. Der ehrliche Brust. Marcelo Uranus mit einem Zweier, auf gute alte Tage, bleib wie du bist, Digi. Was? Schauen wir. Schauen wir.